So, Leute. Meine Freundin wünscht sich gerade, dass ich jetzt quasi ein Let's Read mache. Quasi für die Leute, die sich jetzt hinlegen möchten und langsam so die Äuglein zumachen möchten. Ich werde jetzt etwas aus einem Buch vorlesen. In Ernst? Ja. Ja, hol mal Kekse. Hol dir eine warme Milch. Nein, ich sollte es eigentlich schon... Boah, wie lange ist es her? Zwei Wochen? Seit zwei Wochen habe ich ihr versprochen. Ich lese mindestens, mindestens zwei Kapitel. Ich glaube, das sind, was war das? Zehn Seiten? Fünf Seiten von dem Buch. Ich habe mich bis jetzt erfolgreich drücken können. Aber Hyphen Rhymes und meine Freundin haben sich gewünscht, ich soll Let's Read machen. Wenigstens streamen, wenn ich schon so nicht lese, weil ich bin ja wirklich nicht der Lese-Typ, so soll ich es doch jetzt wenigstens im Stream vorlesen? Irgendwie ist die Musik aus, aber das passt gerade ganz gut, finde ich. Weiß nicht, warum so aus ist, aber es passt gerade, also es soll wohl so sein. Ja. Ich werde kurz das Buch holen und bitte rennt mir nicht davon. Ich bin nicht der Typ, der vorlesen kann, so richtig. Also, rechnet mit Verhaspeln, rechnet mit keine Ahnung, mit Texten, die keinen Sinn ergeben. Gar kein Problem. Versucht einfach aus dem, was ich lese, was halbwegs sinnvoll ist, in eurem Kopf zu bilden und schreibt quasi in eurem Kopf euer eigenes Buch. Ich hole kurz das Buch, bis gleich. So, Leute. Ähm... Ich mach die Kamera mal auf Vollbild dafür, wa? Ja, aber was? Was denn? Ja, er musste das wieder tun. Hat der Pech gehabt jetzt. Ich hab dir versprochen, dass ich davon die zwei Kapitel lese und ja, dann werde ich das jetzt auch tun. Ähm, ja. Es geht um dieses Buch. Moment, ich werde mal kurz... Ähm... Es geht um dieses Buch. Tschick heißt es. Von Wolfgang Herndorf. Dazu werde ich natürlich meine Kamera auf Vollbild machen. Ich bin total begeistert, Leute. Ohne Witz jetzt. Ich freue mich total, dass ich das jetzt hier vorlesen darf. So Angela Merkel-Style. Ich freu mich total. Ja, ich krieg von hinten schon wieder ähm... Ja, ein bisschen auf den Hinterkopf so. Ein bisschen. Nein, du sollst kein Kissen werfen, ansonsten werde ich jetzt nicht lesen. Ja. Also. Es handelt sich um das Buch Tschick. Tschick. Siehst du, da geht schon los. von Wolfgang Herndorf. Ja. Mhm. Wo fängt denn das an? Ist das schon der Anfang? Nein. Siehst du, so fängt es schon an. Also ich und Bücher, ähm, ja. Beste Freunde. Ah, hier geht's los, glaube ich. Werf ein Kissen, schreibt er. Los. Er will's wirklich nicht, dieses Buch. Ich will's auch nicht, aber ich hab's versprochen. Es tut mir leid. wirklich. Ach komm, ey. Ich kann doch jetzt. Ich bin schon viel zu müde. Ich muss. Es tut mir leid. Ich muss. Als erstes ist da der Geruch von Blut und Kaffee. Die Kaffeemaschine steht drüben auf dem Tisch und das Blut ist in meinen Schuhen. Um ehrlich zu sein, es ist nicht nur Blut. Als der Ältere, 14, gesagt hat, hab ich mir in die Hose gepisst. Was? Was zur Hölle ist das? Er sagt, 14, und er pisst sich in die Hose. Hä? Lieber da. Egal. Ähm. Ich hab die ganze Zeit schräg auf dem Hocker gehangen und mich nicht gerührt. Mir war schwindelig. Ich habe versucht, auszusehen, wie ich gedacht hab, dass Chick wahrscheinlich aussieht. Äh? Wenn einer 14 zu ihm sagt und dann, was zu ihm sagt und dann hab ich mir vor Angst in die Hose gepisst. Hä? Also Leute, ich lese das wirklich Wort für Wort und es steht hier so, wie es ist und es macht keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn. Aber okay. Also es liegt jetzt wirklich nicht daran, dass ich nicht lesen kann. Es steht hier so und es ist total stumpf. Aber egal. Ähm. Maik Klingenberg, der Held, dabei weiß ich gar nicht, warum jetzt die Aufregung, war doch die ganze Zeit klar, dass es so endet. Chick hat sich mit Sicherheit nicht in die Hose gepisst. Wo ist Chick überhaupt? Auf der Autobahn habe ich ihn nicht gesehen. Wie er auf einem Bein ins Gebüsch gehüpft ist. Aber ich schätze mal, sie haben ihn auch gekriegt. Was? Ich lese doch, jetzt ist Ruhe dahinten, du sollst schlafen. Meine Fresse. Mann, kann ich so nicht arbeiten. Ohne Witz. Kann so nicht arbeiten hier. Mann, 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 wo bin ich denn jetzt? Ähm, ja. Mit einem Bein kommt man nicht weit. Fragen kann ich die Polizisten natürlich nicht. Mhm. Weil, wenn sie ihn nicht gesehen haben, ist es logisch besser, gar nicht damit anzufangen. Ja. Vielleicht haben sie ihn ja nicht gesehen. Und von mir erfahren sie mit Sicherheit nichts. Guter Mann. Da können sie mich foltern. Obwohl die deutsche Polizei, glaube ich, niemanden foltern darf. Das ist richtig. Das dürfen die nur im Fernsehen und in der Türkei. Naja, so nicht ganz richtig. Ich glaube, sie dürfen noch woanders foltern, aber ist ein anderes Buch, Aber vollgeschifft und blutig auf der Station der Autobahnpolizei sitzen und Fragen nach den Eltern beantworten ist auch nicht gerade der ganze große Bringer. Vielleicht wäre Foltern sogar ganz angenehm. Dann hätte ich wenigstens einen Grund für meine Aufregung. Ein kleiner Sadist, hell. Das Beste ist Klappe halten, hat Chick gesagt. Oh, recht hat er recht. Und das sehe ich genauso. Jetzt, wo eh alles egal ist und mir alles egal. Naja, fast alles. Tatjana Kositsch zum Beispiel ist mir natürlich nicht egal. Tatjana Kositsch? Hm? Hm? Obwohl ich jetzt schon ziemlich lange nicht mehr an sie gedacht habe. Aber wo ich auf diesem Hocker hier sitze und draußen die Autobahn vorbeirauscht Moment! Die Autobahn rauscht vorbei? Leute, wer hat das geschrieben? Was ist da los? Ähm, ja, egal. Draußen die Autobahn vorbeirauscht und der ältere Polizist steht seit 5 Minuten an der Kaffeemaschine dahinten und füllt Wasser ein und kippt es wieder aus. Drückt auf den Schalter und schaut das Gerät von unten an. Während jeder Depp sehen kann, dass der Stecker vom Verlängerungskabel nicht drin ist, ist das ein Vollidiot. Da muss ich wieder an Tatjana denken. Wie jetzt? Stecker ist nicht drin, er muss an Tatjana denken? Ja, das muss man. Muss man da was wissen? Denn genau genommen wäre ich nicht hier, wenn es Tatjana nicht gäbe. Missstück. Obwohl sie mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, ist das unklar, was ich da rede? Ja. Ja, tut mir leid. Ich versuche später nochmal. Tatjana kommt in der ganzen Geschichte überhaupt nicht vor. Äh? Tut sie doch bereits schon mehrmals. Aber egal. Das schönste Mädchen in der Welt kommt nicht vor. Auf der ganzen Reise habe ich mir immer vorgestellt, dass sie uns sehen kann. wie wir oben aus dem Kartoffelfeld rausgucken. Wie wir dem Bündel Schläuche auf dem Müllberg stehen. Wie die letzten Trottel. Ich habe mir immer vorgestellt, Tatjana steht hinter uns und sieht, was wir sehen. Und freut sich, wie wir uns freuen. Ich finde es geil, wie zapfer ihr durchhaltet, ne? Ohne Scheiß. Das ist noch keiner abgehauen. Brutal. Ihr seid echt schmerzfrei. Aber egal. Ähm. Wo war ich jetzt? Wie wir uns freuen. Aber jetzt bin ich froh, dass ich mir das nur vorgestellt habe. Der Polizist zieht ein grünes Papierhandtuch aus einem Handtuchspender und gibt es mir. Was soll ich damit? Den Boden auffischen? Er fasst mit zwei Fingern an seine Nase und sieht mich an. Ach so. Nase schnäuzen. Ich schnäuze mir die Nase. Er lächelt freundlich. Das mit der Folter kann ich mir wohl abschminken. Hm. Aber wohin jetzt mit dem Taschentuch? Ich schaue suchend auf den Boden herum. Die ganze Station ist mit grauem Ninoleum ausgelegt. Genau das gleiche wie in den Gängen zu unserer Turnhalle. Es riecht auch ein bisschen so Pisse, Schweiß und Ninoleum. Hm. Ich sehe Wolkow, unseren Sportlehrer, im Trainingsanzug durch die Gängefedern. 70 Jahre durchtrainiert. Auf geht's Jungs! Hopp, hopp! Das Geräusch seiner schmatzenden schmatzenden Schritte? Egal. Auf dem Boden. Fernes Gekicher aus der Mädchen und Kleide und Wolkows Blicke dorthin. Ein schwerer Nöter. Ich sehe die hohen Fenster, die Bänke, die Ringe an der Decke, an denen nie geturnt wurde. Hm. Ich sehe Nathalie und Lena und Kimberly durch den Seiteneingang der Halle kommen und Tatjana in ihrem grünen Trainingsanzug. Hm. Ich sehe ihr verschwommenes Spiegelbild auf dem Halmboden, die Glitzerhosen, die die Mädchen jetzt immer tragen, die Oberteile und das neuerdings die Hälfte von ihnen in dicken Wollpuller-Band-Touren und mindestens drei haben immer einen Attest vom Arzt. Oh mein Gott, was ist das? Hagezius Gymnasium Berlin Achte Klasse Ich komme aus Berlin und ich kenne es nicht. Hagezius Gymnasium Das Buch ist so sinnvoll wie ein Koch ohne Zutaten. Finde ich gut so geil. Ich bin ganz deiner Meinung, aber ich muss es lesen. Und es tut mir leid, dass ich es antun muss, aber ich muss es lesen. Weiter geht's. Ich dachte 15, sage ich und der Polizist schüttelt den Kopf. Nee, 14. 14. Was ist mit dem Kaffee, Horst? Kaffee ist kaputt, sagt Horst. Ich möchte einen Anwalt sprechen. Was? Horst will einen Anwalt sprechen, weil der Kaffee kaputt ist oder? Versteht nicht. Leute, egal. Das wäre der Satz, den ich jetzt wahrscheinlich sagen müsste. Ah. Das ist der richtige Satz in der richtigen Situation, wie jeder aus dem Fernsehen weiß. Aber das sagt sich so leicht. Ich möchte meinen Anwalt sprechen, würden die sich wahrscheinlich totlachen. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, was dieser Satz bedeutet. Äh? Ja. Wenn ich sage, ich möchte einen Anwalt sprechen und sie fragen, wen möchtest du sprechen? Dein Anwalt? Was soll ich dann antworten? Dein Anwalt. Ich habe in meinem Leben noch keinen Anwalt gesehen und ich weiß auch nicht, wozu ich einen brauche. Warte mal. Ich weiß nicht mal, ob Rechtsanwalt dasselbe ist wie Anwalt. oder Staatsanwalt. Egal. Sowas ähnliches wie ein Richter nehme ich an. Was? Nur, dass er auf meiner Seite steht und mehr Ahnung vom Gesetz hat als ich, was offensichtlich nicht schwer ist. Aber meine Ahnung, aber mehr Ahnung vom Gesetz als ich, hat hier praktisch jeder, der im Raum ist. Danke. Jeder Polizist vor allem und die könnte ich natürlich fragen, aber ich wette, wenn ich den Jüngeren frage, ob ich jetzt so eine Art Anwalt brauchen könnte, dann dreht er sich zu seinem Kollegen um und ruft, hey Horst, Horsti, komm mal her. Unser Held hier will wissen, ob er einen Anwalt braucht. Guck dir das an, blutet den ganzen Boden voll, pisst sich in die Hosen wie ein Weltmeister und will sein Anwalt sprechen. Da lachen sie sich natürlich kaputt und ich finde, es geht mir schlecht genug. Ich muss mich nicht auch noch zum Obst machen. Was passiert ist, ist passiert. Mehr kommt jetzt nicht. Da kann auch der Anwalt nichts mehr ändern, weil, dass wir Mist gebaut haben, könnte nur ein Geisteskranker abzustreiten versuchen. Was soll ich sagen? Dass ich die ganze Woche zu Hause am Pool gelegen habe? Fragen Sie die Putzfrau? Dass die Schweinehälften wie Regen vom Himmel gefallen sind? Viel kann ich jetzt wirklich nicht mehr tun. Ich könnte noch gehen Mecker beten und mir in die Hose kacken. Sonst sind nicht mehr viele Optionen offen. Okay. Der Jüngere, der eigentlich ganz nett aussieht, schüttelt den Kopf und wiederholt 15 ist Quatsch. 14. Mit 14 bist du strafmündig. Wahrscheinlich sollte ich jetzt Schuldgefühle haben und Reue und alles, aber ehrlich gesagt, ich fühle überhaupt nichts. Mir ist einfach nur wahnsinnig schwindelig. Ich kratze mich unter meiner Wade. Nur da, wo früher meine Wade war, ist jetzt nichts mehr. Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Ein violetter Streifen Schleim bleibt einem meiner Hand kleben. Das ist nicht mein Blut, hatte ich vorhin gesagt, als sie mich gefragt hatten. Lag ja genug anderer Schleim auf der Straße, um den man sich kümmern könnte. Und ich dachte wirklich, dass das nicht mein Blut ist. Aber wenn das nicht mein Blut ist, wo ist denn jetzt meine Wade? Frage ich mich. Hä? Ich ziehe das dann habe ich noch genau eine Sekunde um mich zu wundern. Wenn ich das im Film sehen müsste, würde mir mit Sicherheit übel, denke ich. Und tatsächlich wird mir jetzt übel. Auf dieser Station der Autobahnpolizei, was ja auch irgendwie beruhigend ist, für einen kurzen Moment, sehe ich noch mein Spiegelbild auf dem Linoleum auf mich zukommen und dann knallt es und ich bin weg. Das war Kapitel 1 von dem Buch Chick! Moment, geht doch gleich weiter, bleibt doch mal entspannt, ich muss doch mal und so, außerdem muss ich das Dashboard jetzt